Hi, hier ist Franz für taptech.de und das ist unser Video zum Test des Asus PhonePad Note 6. Ob es sich lohnt, dieses Phablet für momentan ca. 349 Euro zu kaufen, seht ihr jetzt. Das Asus PhonePad Note 6 ist in den Farben Schwarz und Weiß in Deutschland erhältlich. Chris konnte sich in Köln beim Launch Event beide Farben genauer anschauen und tendierte aufgrund der deutlich griffigeren und wertig wirkenderen Rückseite zum schwarzen Modell. Unser weißes Testgerät konnte uns in Sachen Design und Haptik nicht wirklich überzeugen. Das liegt hauptsächlich an der Kunststoffrückseite in Hochglanzoptik. Die lässt das Gerät zum einen etwas billig wirken, zum anderen rutscht es viel zu leicht mal aus der Hand. Und gerade bei einem solch großen Gerät ist das natürlich problematisch. Wir würden euch hier also wirklich zum schwarzen Modell raten. Die Abmessungen des PhonePad Note 6 haben es außerdem auch wirklich in sich. Mit 164,8 x 88,8 mm und 10,3 mm Dicke ist es kein Gerät für kleine Hände. Das Gewicht von 210 Gramm tut da sein übliches. Einhändig kann man das PhonePad Note 6 natürlich nicht mehr bedienen und das Gewicht geht gerade noch so in Ordnung, wobei man schon sagen muss, das Gerät ist wirklich eines der schwereren. Die vergleichsweise dicken Displayränder tragen natürlich auch ihren Teil zu den massiven Ausmaßen des PhonePad Note 6 bei. Hier hätte es uns gut gefallen, wenn Asus ähnlich wie schon LG beim G2 versucht hätte, diese zu minimieren oder zumindest etwas kleiner zu halten. Verarbeitungstechnisch konnte uns das PhonePad Note 6 auch nur teilweise überzeugen. Die Tasten sitzen zwar alle sehr fest und haben wirklich einen guten Druckpunkt, Die Rückseite lässt sich aber ähnlich wie schon beim MemoPad HD 7, das wir ja auch vor einigen Wochen getestet haben, viel zu leicht eindrücken. Störende Spaltmaße gab es aber keine. Auf der linken Seite des PhonePad Note 6 finden wir eine solche Abdeckung. Unter dieser, wenn wir die öffnen, befindet sich dann zum einen der Slot für eine Micro-SIM-Karte, zum anderen auch der für eine Micro-SD-Speicherkarte. Der 16 oder 32 GB große interne Speicher kann also erweitert werden. In Deutschland wird aber hauptsächlich die 16 GB Version vertrieben. Auf der Unterseite dann der Micro-USB-Anschluss, ein Mikrofon und der Einschub für den Stylus. Der hat uns eigentlich relativ gut gefallen. Er kann so vom Komfort, vom Bedienkomfort nicht ganz mit dem des Galaxy Note 3 mithalten, ist aber relativ ordentlich. Auf der rechten Seite finden wir dann zum einen die lauter-leiser-Wippe und den Power-Button, wie schon erwähnt beide mit einem relativ guten Druckpunkt. Auf der Oberseite dann noch der 3,5 mm Klinkenanschluss. ASUS setzt beim PhonePad Note 6 auf On-Screen-Tasten. Dementsprechend findet man auf der Vorderseite keinerlei physische oder touchsensitive Tasten, sondern lediglich die Hörmuschel, Sensoren und die 1,2 Megapixel Frontkamera. Mitschuldig an den großen Display-Rändern sind vermutlich auch die beiden Sonic Master Stereo-Lautsprecher, die ASUS ähnlich wie HTC beim One direkt auf der Vorderseite anbringen. Während wir die Positionierung eigentlich sehr gut finden, konnten die Lautsprecher soundtechnisch nur teils überzeugen. Der Klang ist zwar relativ klar, die Lautstärke jedoch nur durchschnittlich bis mäßig. Mit dem eben erwähnten HTC One kann das PhonePad Note 6, was die Lautsprecher betrifft, nicht einmal ansatzweise konkurrieren, eher mit einem Samsung Galaxy S4 oder einem Apple iPhone 5s. Auf der Rückseite findet man dann die 8 Megapixel Hauptkamera mit einer lichtstarken Blende von f2.0, das ASUS-Logo und ein Intel-Logo. Der Akku hat eine Kapazität von 3200 mAh und ist fest verbaut. Empfangstechnisch hat uns das PhonePad Note 6 im Test eigentlich sehr gut gefallen. Sowohl der WLAN-Empfang als auch die Werte im HSPA Plus-Netz haben uns überzeugt. Die Sprachqualität war eher etwas durchwachsen, der Gegenüber klang teilweise einfach etwas zu blechern. Leider hat man beim PhonePad Note 6 auf Bluetooth 4.0 und auf LTE verzichtet. Das 6-Zoll-große IPS-Display des PhonePad Note 6 löst mit 1920x1080 Pixeln, also Full HD, auf und bringt es dadurch aber eine Pixeldichte von sehr ordentlichen 367 Pixel per Inch. Das Display ist unserer Meinung nach das klare Highlight dieses Fablets. Es hat uns eigentlich in nahezu allen Bereichen überzeugt. Durch die hohe Pixeldichte wird zum Beispiel Text ausreichend scharf dargestellt und das PhonePad Note 6 eignet sich dementsprechend perfekt zum Lesen aufwendigerer Artikel von E-Mails oder von PDF-Dateien. Aber auch in Sachen Farbintensität und Farbkorrektheit hat uns das PhonePad Note 6 sehr gut gefallen. Farben werden sehr intensiv, aber gleichzeitig auch realistisch dargestellt. Wie besonders hervorzuheben ist hierbei der wirklich gute Weißwert. Der Schwarzwert ist für ein IPS-Panel ebenfalls ordentlich. Asus gibt in Sachen Displayhelligkeit einen Wert von etwa 380 Candela pro Quadratmeter an. Das konnten wir im Test auch so bestätigen. Das Display ist nicht außerordentlich hell, reicht aber für die meisten Anwendungssituationen absolut aus. Selbst im Außeneinsatz hatten wir nie Probleme, Inhalte vom Display abzulesen. Die Blickwinkelstabilität ist IPS-typisch natürlich hervorragend. Besonders hervorheben möchten wir auch hier wieder Asus Splendid App, mit der der Nutzer das Display seinen eigenen Wünschen nachkalibrieren kann. Auch wenn dies beim PhonePad Note 6 eigentlich überflüssig ist, würden wir uns eine solche App für alle aktuellen Geräte wünschen. Anders als in einem Großteil der Konkurrenzprodukte sitzt im Inneren des PhonePad Note 6 keine ARM-CPU, sondern wie anfangs bereits angedeutet eine Intel-CPU. Es handelt sich hierbei um den Intel Atom Z2580 Dual-Core-Prozessor mit maximal 2GHz-Taktung und 2GB RAM. Die Performance an sich hat uns im Test gut gefallen, egal ob beim Navigieren durch die Homescreens, beim Öffnen von Apps oder beim Scrollen durch aufwendigere Webseiten. Ruckler oder lange Wartezeiten gab es kaum. Leider gibt es nach wie vor Kompatibilitätsprobleme zwischen Intel-CPUs und manchen aktuellen Spielen wie Modern Combat 4 zum Beispiel. Ein Großteil der von uns getesteten Spiele funktionierte aber problemlos auf dem PhonePad Note 6. So konnten wir unter anderem Dead Trigger 2 mit vollen Grafikeinstellungen und ohne Probleme spielen. Wie bereits erwähnt, kommt das Asus PhonePad Note 6 mit einem 3200 mAh starken Akku. Was auf den ersten Blick nach ziemlich viel klingt, relativiert sich jedoch, wenn man bedenkt, dass aktuelle Smartphones wie zum Beispiel das LG G2 oder das Sony Xperia Z1 trotz deutlich kleineren Display schon mit ähnlich großen Akkus ausgestattet sind. In unserem üblichen Akkutest, in dem wir bei voller Displayhelligkeit dauerhaft ein YouTube-Video abspielen, hielt das PhonePad Note 6 etwa 6 Stunden durch. Gut gefallen hat uns der vergleichsweise niedrige Standby-Verbrauch. Bei alltäglicher Nutzung kamen wir mit dem PhonePad Note 6 auf eine Laufzeit von etwa einem Tag. Das ist ein durchschnittlicher Wert, aber kein Vergleich zu einem LG G2 oder einem Samsung Galaxy Note 3. Asus verbaut im PhonePad Note 6 eine 8 Megapixel Hauptkamera mit einer recht lichtstarken Blende von f2.0. Leider verzichtet man auf eine Foto-LED. Die Bildqualität bei guten Lichtbedingungen ist eher durchschnittlich, Die Aufnahmen werden zwar ausreichend scharf, wirken aber oft etwas zu blass. Bei etwas schlechteren Lichtbedingungen tritt dann sehr schnell Bildrauschen auf. Die Low-Light-Performance hingegen ist absolut durchschnittlich. Hier hätten wir schlechteres erwartet. Das Asus PhonePad Note 6 kommt ab Werk wieder mit Android 4.2.2 Jelly Bean und natürlich mit Asus hauseigener WaveShare UI. Die hat einige relativ nützliche Features. Eines davon oder mehrere davon wollen wir uns oben in der Benachrichtigungsleiste anzeigen. Da werden natürlich nach wie vor verpasste Benachrichtigungen wie zum Beispiel die E-Mails angezeigt. Das kann ich zur Seite swipen. Was uns nicht ganz so gut gefallen hat, ist zum Beispiel diese Überlagerung hier oben in der Benachrichtigungsleiste, wo euch Uhrzeit, Wochentag und Datum und der Name des WLAN-Netzwerks angezeigt werden. Ich denke, ihr seht das ganz gut. Sobald das WLAN-Netzwerk etwas länger ist vom Namen her, überschneidet sich das Ganze. Das sieht einfach nicht toll aus und wirkt etwas unfertig. Ansonsten ist die Benachrichtigungsleiste wirklich ziemlich cool. Wir haben einiges an Shortcuts. Wir können zum Beispiel hier direkt die Helligkeit justieren, haben hier oben die bekannten Toggles, wo man zum Beispiel WLAN, Bluetooth und so weiter das Soundprofil einstellen kann, beziehungsweise eben WLAN aus- oder einschalten kann und hat dann hier auch noch Shortcuts zu den WLAN-Einstellungen und so weiter. Wenn wir zum Beispiel hier draufklicken, landen wir dann direkt in den Einstellungen. Das war aber noch nicht alles oder das Highlight des PhonePad Note 6 ist natürlich der Stylus, den wollen wir jetzt mal ziehen und sobald man das macht, seht ihr auch gleich schon, was passiert. Die hauseigene Supernode-Anwendung von Asus wird gestartet und man kann hier irgendwas auswählen. Zum Beispiel, wir haben hier die Auswahl zwischen Alles und Create. Es gibt hier wirklich beliebige Vorlagen. Man kann zum Beispiel ein leeres gelbes Blatt, ein leeres weißes Blatt, es gibt welche mit Gitternetz, es gibt Tagebuch, also so Tagebuchvorlagen, die man dann bearbeiten kann. Wir nehmen jetzt einfach mal eins mit, Gitternetz, das hier leicht kariert ist und ich zeige euch einfach mal, was man hier machen kann. Das ist aber eigentlich selbsterklärend, ist bei fast jedem Gerät mit einem Stylus gleich. Ich kann hier schreiben zum Beispiel Tab-Tag, das Ganze wird erkannt und hier dementsprechend verkleinert. Ich kann natürlich auch die Farbe verstellen, zum Beispiel eben Blau. Ich kann die Intensität, sodass das Ganze etwas dicker ist und ihr seht, das hat funktioniert. Was auch auffällt, wenn man mit dem Stift hier über einen beliebigen Punkt drüber haubert, also leicht drüber fährt, ab einer gewissen Nähe, erscheint so ein blauer Punkt und der gibt euch eben eine kurze Vorschau, was passiert, wenn ihr auf das entsprechende Icon klickt. Das kennt man so auch schon von den Samsung-Geräten. Hier unten dann die Tasten für Zurück zum Beispiel, also für Löschen, eine Leertaste und Enter. Wenn wir hier draufklicken, können wir irgendwas einfügen, zum Beispiel aufgenommene Fotos, ein Bild und so weiter und so fort. Das ist Asus' hauseigene App. Wenn wir wieder zurück wollen, klicken wir hier einfach auf den Home-Button. Ihr habt vielleicht auch schon vorher gesehen, der Stylus hat hier wieder einen solchen Button, den man klicken kann. Das ist auch der einzige Button. Wenn man den gedrückt hält und dann so einfach über das Display fährt, kann man gewisse Bereiche ausschneiden. Man muss nur schauen, dass man das gerade, also wirklich in einem Zug macht. Ihr seht es, ich habe jetzt zum Beispiel hier unten die Apps, die Icons ausgeschnitten. Das Ganze wird gespeichert und ja, ich habe es dann eben. Ist auch etwas von Samsung abgekuppert. Insgesamt muss man sagen, diese Funktionen des Stylus sind ganz nützlich, können natürlich nicht mit dem S-Pen oder den S-Pen-Features des Samsung Galaxy Note 3 konkurrieren. Aber das, denke ich, kann man für den Preis auch nicht wirklich erwarten. Wir gehen jetzt mal in die Einstellungen. Es gibt nämlich noch eine weitere Funktion, die man mit dem Stylus nutzen kann, zum Beispiel im Browser oder eben hier in den Einstellungen. Wenn ihr scrollen wollt und über das Display drüber hapert, der blaue Punkt erscheint und ihr seid unten angelangt, dann seht ihr schon, kann ich mit dem Ganzen scrollen, indem ich das hier eben etwas oben hin halte oder wieder nach unten, kann ich nach oben oder nach unten scrollen. Wie gesagt, das funktioniert auch im Browser absolut problemlos und ist eigentlich wirklich ein cooles Feature. Als nächstes möchte ich euch noch etwas zeigen, was passiert, wenn man den Homebutton hier, also einen der drei Onscreen-Tasten, etwas länger klickt. Wir halten hier etwas länger drauf. Bei manchen Geräten kann man dann direkt in Google Now entsperren. Da hat Asus das Ganze aber auch etwas verändert. Wir haben hier wieder diverse Shortcuts. Wir kommen zum Beispiel direkt in die Einstellungen, hier zum Beispiel direkt in den App-Drawer. Wenn wir loslassen, ist es natürlich etwas sinnfrei. Aber stellt euch einfach vor, ihr seid im Browser, dann ist das Ganze doch relativ nützlich. Wir können hier auch ganz einfach die Systemleiste unten sperren oder eben die Sprachsuche starten. Weiter oben gibt es aber auch noch weitere Apps, hier zum Beispiel die Supernode-App oder eben den Browser. Also wenn ich nach ganz oben fahre und das Ganze dann auslasse, dann lande ich hier direkt im Browser drinnen. Alles in allem konnte uns das Asus PhonePad Note 6 im Test durchaus überzeugen. Besonders gut gefallen hat uns die hohe Displayauflösung und die Farbechtheit des Displays, also auch der gute Weiswert zum Beispiel. Auch der Preis ist natürlich interessant, denn für momentan ca. 349 Euro bekommt man doch einiges geboten. Und auch die Stylus-Features sind wirklich gut implementiert. Man hat zwar nicht so viele wie etwa beim Samsung Galaxy Note 3, aber wie vorher schon erwähnt, kann man das bei dem Preis auch nicht wirklich erwarten. Es gibt aber auch einige Punkte, die uns weniger gut gefallen haben, so zum Beispiel die leichten Verarbeitungsmängel, also wenn man zum Beispiel die Rückseite eindrücken kann. Das ist einfach ein No-Go und das haben wir in letzter Zeit leider schon bei zu vielen Asus-Geräten beobachten können. Außerdem haben wir hier kein LTE. Wenn man bedenkt, ein Nexus 5 kostet zum Beispiel auch 349 Euro und hat LTE, ist natürlich etwas schade. Bluetooth 4.0 gibt es auch nicht. Und dann sind hier natürlich auch noch die Abmessungen. Also das Gerät ist nichts für jedermann. Ihr solltet es euch vorher definitiv etwas genauer anschauen, ob ihr mit diesen riesigen Abmessungen zurechtkommt, ob euch vielleicht die dicken Display-Ränder zu sehr stören und so weiter und so fort. Preis-Leistungstechnisch konnte uns das PhonePad Note 6 vor allem wegen des eben erwähnten hervorragenden Displays überzeugen. Wer ein Phablet sucht und mit den oben erwähnten Nachteilen leben kann und zum Beispiel auch auf LTE verzichten kann, der kann durchaus zum Asus PhonePad Note 6 greifen. Das war es auch schon wieder. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuschauen. Den ausführlichen schriftlichen Tests sowie Testbilder findet ihr natürlich wie immer auf taptech.de. Tests sowie Testbilder 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 Untertitelung des ZDF, 2020